Peerberry zahlt in diesem Monat doppelt so viel an die geschädigten Investoren zurück als geplant. Um das und vier weitere kurze Meldungen geht es in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter das Quartalsergebnis für Q1 von Robocash, einen neuen Kreditgeber auf Mintos, ein Meilenstein für Bonster und ein neues Cashback-System für alle Investoren auf Landex. Wenn dich irgendwelche Themen tiefer interessieren, dann schau einfach in den Blogartikel. Dort habe ich alle Quellen nochmal verlinkt und damit viel Spaß. Ja, nachdem Peerberry angekündigt hatte, dass man im April eine weitere Million für die Rückzahlung der vom Krieg betroffenen P2P-Kredite aus der Ukraine und Russland bereitstellen könne, steigt der Betrag für April auf fast 2,8 Millionen Euro statt den geplanten 1,3 Millionen Euro. In Summe bedeutet dies, dass Peerberry bereits fast ein Viertel der betroffenen Gelder zurückgezahlt hat, nämlich 11,49 von 50,22 Millionen Euro. Sollte es in diesem Tempo weitergehen, wird man die Rückzahlungszeit deutlich verkürzen können. Zudem gab es noch eine gute Nachricht. Langzeitkredite aus der Ukraine werden ab sofort wieder unter den normalen Bedingungen zurückgezahlt. Das betrifft die Kredite der Kreditgeber Auto Money und Sloan Credit. Die letzte Woche war also eine sehr gute Woche für Peerberry-Investoren und nachdem ich selbst auch einige Rückzahlungen erhalten habe, sprang mein Portfolio über die 9000-Euro-Schwelle. 1000 Euro fehlen mir also noch bis zum ersten Loyalty-Level und wie schon angekündigt, werde ich die Aufstockung der P2P-Plattform im zweiten Quartal wieder fortsetzen, um kurzfristig den Zinsausfall der blockierten Kredite abzufedern und langfristig natürlich um Peerberry weiter aufzustocken. Gehen wir weiter zu Robocash, denn auch die spüren natürlich die Folgen des Ukraine-Konflikts. In der letzten Woche veröffentlichte man die Quartalszahlen für das erste Quartal und der Nettogewinn sank um 80% im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 1,5 Millionen US-Dollar. Das hört sich kritisch an, man muss bei der Summe aber bedenken, dass das immer noch ein Wert ist, von dem andere P2P-Plattformen selbst in besten Zeiten nur träumen können. Zudem wurde ein Teil des Gewinns darauf verwendet, die Rücklagen in Russland zu erhöhen, um Zinsausfälle abfedern zu können. Auch das Scoring wurde angepasst in Vorbereitung auf das zweite Quartal, um die Ergebnisse zu verbessern. Also das, was sie da treiben, das scheint schon einen nachhaltigen Charakter zu haben. Die Geschäfte in Kasachstan und den Philippinen verliefen dagegen sehr gut. Robocash steht aktuell vor der Herausforderung, sowohl seine zukünftigen Pläne als auch das aktuelle Geschäft auf die neue Situation anzupassen. Wesentlich heißt das, dass die internationalen Aktivitäten zunehmen werden und das Russland-Geschäft im Verhältnis verlieren wird. Ich selbst sehe aktuell weiterhin keinen Bedarf an einer Anpassung meines Portfolios nach unten. Spätestens seit meinem letzten Beitrag über Mintos werdet ihr wissen, dass ich meine Strategie dort deutlich gestrafft habe und nun Kreditgeber favorisiere, die nicht einfach aufhören können zu zahlen. Mit Financierra Contigo aus Mexiko kommt nun auf Mintos ein weiterer Kreditgeber mit eben diesen Eigenschaften. Diese sind noch nicht implementiert, das soll jedoch in nächster Zeit kommen. Also haltet ein Auge darauf, wenn euch das Thema interessiert. Financierra Contigo ist dabei ein wirkliches Schwergewicht. Mit einem Kreditportfolio von über 50 Millionen Euro gehört man zu den größten Mikrofinanzierern aus Mexiko. Man ist zudem das Mutterunternehmen von Conmigo Vales, welches auch auf Mintos vertreten ist und bietet für dieses ab sofort eine Gruppengarantie. Das Produkt von Financierra Contigo ist ein eher konservatives. Mit bis zu 8 Bürgen bietet man Kredite für selbstständige Frauen in Mexiko an, was die Auswahlquote auf ca. 2% rückt. Ansonsten kommen die Kredite mit ca. 12% und einer durchschnittlichen Laufzeit von 4 Monaten auf Mintos. In unserem Rating ist das Unternehmen bereits gelistet. Änderungen geben wir immer über das Premium-Rating durch. Und sobald das Unternehmen die erweiterten Sicherheitsstrukturen, also die Treuhänder, implementiert hat, wird der Kreditgeber auch in mein Portfolio wandern. Die tschechische P2P-Plattform Bonster glänzte in den letzten Monaten vor allem mit anhaltend hohen Renditen im Vergleich zur Konkurrenz. In der letzten Woche erreichte man jetzt die historische Marke von 15.000 Investoren, was schon ganz ordentlich ist. Auch ansonsten wird kräftig an der Plattform gearbeitet. Ein ständiges Ärgernis waren beispielsweise die Diagramme im Dashboard, die schon seit Monaten nicht mehr richtig funktionierten. Das hat man nun endlich korrigiert. Mein eigenes Investment bei Bonster ist noch recht klein, da ich sie schon als deutlich risikoreicher erachte als andere Plattformen. Aktuell versuche ich auch hier eine Art Best-in-Class-Ansatz zu etablieren, wie ich es bei Mintos mache. Aber Best-in-Class heißt bei Bonster eben Kredite aus Indonesien und Nigeria statt Estland und Lettland. Wer damit fein ist, kann auf Bonster ziemlich viel Spaß haben und auch eine gute Rendite einfahren. Die Agrarplattform Landex, die Thomas und ich in unserem P2P-Café näher beleuchtet haben, ist allgemein ziemlich gut bei der Community angekommen und ich habe gesehen, dass schon einige von euch dort gestartet sind. Generell kann man sagen, befindet sich die Plattform noch im Aufbau, was bedeutet, dass wir uns zukünftig noch auf die eine oder andere Anpassung einstellen müssen. Aber diese können auch durchaus positiv sein, wie wir in der letzten Woche gesehen haben. Nachträglich wurde nämlich ein Cashback-System integriert, welches nicht abhängig von irgendwelchen zeitlich begrenzten Anmeldekonditionen ist. Die Staffelung ist wie folgt, von 1.000 bis 2.000 Euro Investment gibt es 0,5% Cashback, von 2.000 bis 3.000 1%, von 3.000 bis 4.000 1,5% und investiert ihr mehr als 4.000 Euro in ein Projekt, dann gibt es sogar 2% Cashback obendrauf. Das neue Cashback-System bietet eine Möglichkeit für Investoren, ihre Rendite weiter nach oben zu schrauben. Bitte beachtet, dass diese somit direkt und komplett investiert werden muss, um das Cashback entsprechend der Staffel zu ergattern. Mehr über Landex inklusive P2P-Kaffee und 10 Euro Startguthaben gibt es bei mir auf dem Blog, einfach in der Suchleiste Landex eingeben. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.